Vor knapp zwei Wochen begannen die Impfungen gegen das Coronavirus bei uns erst in Alten- und Pflegeheimen, nun auch in Impfzentren. Bei der Beschaffung des Impfstoffs gelten EU-weite Absprachen, bei der Aufteilung in Deutschland nationale. Hier ein Überblick. Gemeinsam haben die EU-Staaten im vergangenen November Verträge für die sechs aussichtsreichsten Impfstoffkandidaten abgeschlossen. Ohne zu wissen, wann die einzelnen Impfstoffe in der EU zugelassen werden. Nach der Zulassung des Impfstoffs von Moderna steht in der EU ab Dienstag, so das Bundesgesundheitsministerium, ein zweiter Impfstoff zur Verfügung. Die EU-Staaten haben bisher insgesamt 760 Millionen Impfdosen von BioNTech und Moderna bestellt. Deutschland hat sich von den beiden zugelassenen Impfstoffherstellern bis Ende des Jahres mindestens 140 Millionen Impfdosen gesichert. Damit können mindestens 70 Millionen Menschen geimpft werden, also 84 Prozent der Bevölkerung. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen sich alle, die möchten, in Deutschland bis zum Sommer impfen lassen können. Eine Million 340.000 Impfdosen hat Deutschland bis heute von BioNTech bekommen. 36 Prozent der verfügbaren Impfdosen sind verabreicht worden. Seit heute stehen weitere 667.875 Impfdosen bereit. Seit dem offiziellen Impfstart Ende Dezember haben bis gestern 476.959 Menschen in Deutschland eine Impfung erhalten. Deutschlandweit haben sich 0,6 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Zum Vergleich, in Großbritannien lag die Impfquote Ende Dezember bei 1,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das liegt vor allem am früheren Impfstart, zweieinhalb Wochen früher als in der EU. Im Bundesvergleich gibt es starke Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Impfquote bisher mit etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung am höchsten. In Sachsen und Thüringen mit jeweils etwa 0,4 Prozent am niedrigsten.